was geht ab meine lieben freunde und damit herzlich willkommen zu einem unboxing zu sehr sehr später stunde ich weiß aber das ist auch egal denn ich habe hier endlich mein erstes bundle von 20 14 das ist eine single hot or not die habe ich auf ebay kleinanzeigen mir gekauft oder bestellt je nachdem ihr was sagen soll und das t-shirt schauen wir mal zum schluss an als erstes haben wir hier ein kleines armbändchen da glaube ich so ein sticker hot or not so sieht es aus und hier hot or not und einmal die show memos hier haben wir die cd die lyrics natürlich zu guter letzt das t-shirt finde ich nicht gedruckt aber vorne sehr nice gehaltener stil monkeys in deiner top 5 und ja das war es auch schon mit diesem aber kleinen feinen unboxing und das nächste video was ich tatsächlich hochladen werde ist morgen der übermorgen der konzertvlog von 24 tim in münchen hier auf diesem youtube kanal und peace out